Da muss ich hier nebenbei immer mal auf meinen Timer gucken. Gott sei Dank hab ich ja mittlerweile einen. So, da hinten muss ich dann Ruhe mitzukriegen. Dann. Wie gesagt, viel Zeit hab ich heute leider nicht. Und das werden sie jetzt fabrizieren. Aber... Ich geh trotzdem mit Elan dabei. Stopp. Geht doch. Da stehen auch noch welche, die ich übersehen habe. Da oben stehen auch noch welche, die ich übersehen habe. Sage mal. Kommt her, kommt her. Ihr werdet alle in den Feuer und verbrennen. Okay, gut. Aufgeräumt. Da stehen auch noch welche rum. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich kann einfach keinen Gegner stehen lassen. Kriegerehre und so. In diesem Fall wohl eher Kriegerehre. Ähm. So. Eine Leiche. Huch. Was schleppt der denn alles mit sich rum? Das war mal eine vollgestopfte Leiche. Einfass. Und Gegner auf einem Balkon. Na. Das hört euch doch vorstellen, was das heißt. Schnetzeln. Und da ist der Level Up. Juhu. Und jetzt stelle ich mich wie jede Woche, wenn ich aufnehme, die Frage, was wollte ich noch mal skillen? Ich müsste mir das, glaube ich, mal aufschreiben. Ich meine nicht, dass ich nicht schon Genüsenzettel hier auf meinem Schreibtisch liegen hätte, auf denen ich mir irgendwelche Nutzen gemacht habe. Das ist irgendwas, was ich irgendeiner Art und Weise vorhabe. Äh. Ja. Ja, los. Ach, geht doch. Killen durch einfaches Danebenstehen ist auch schön. Gold, Mainz, ich habe es zuerst gesehen. So. Da stehen ja noch welche. Aja, ja, 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 ja. Na komm, na komm. So blühende Prozesse. Ja gut, dass wir eine auf unserer Seite haben. Und so gute Lady Catalina. So, jetzt wollen wir doch erstmal das Level-Up verteilen. Wie sehen wir denn hier aus? Körper haben wir 58, 60, 58. So, dann haben wir die alle auf 60, würde ich sagen. Hier pumpen wir nochmal was ins Glück rein. Das können wir immer mal hier brauchen. So, Crit-Wertung hochziehen. So. Was wollten wir denn machen? Was wollten wir denn hochbringen? Ist jetzt die glorreiche Frage. Ich wollte ja noch irgendwas lernen. Irgendwas lernen hier. Maximaler Zorn. Wieder Kill, Zorn, Regeration. Was hätten wir hier auf dem maximalen Level? Parieren ausgerüstet. Führt einen schnellen Angriff. Treffen alle drei Angriffe für diesen Gegner. Oh, oh. Hm. Der ist sogar verhältnismäßig günstig, der Skill. Hm. 31, 43. Was machen wir hier? Hm. Explosion. 49, Eisschad. Tipps und Tricks. Äh, Tricks und Auren, nicht Tipps und Tricks. Was lagere ich hier eigentlich für ein dünnes heute? Ähm. Eisschad. Flammenkugel. Schleudert. Ein Feuerball auf das Ziel. Den Gebiet Radius. Vier Meter verbrennt. Feinde möglicherweise. So. Hm. Hm. Von acht Schüssen. Eisfiller. Fügt dem Normalen. Durch. Giftschuss. Fügt dem Ziel. Hm. Ähm. Der hier vielleicht. Der macht 59 Feuerschaden. Ziel werden umgeworfen. Der Schaden. 25 Feuerschaden. Steu. Ah, ja. Mana kosten 100, aber. Das ist wieder so ein. Wie kostet denn der? 25. Hm. Die Frage ist, können wir den zu unserem Basisshot machen? Das ist jetzt die Prickel. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Äh. Wir haben ja momentan den Explosivschuss. Hm. Was macht der hier? Erhöht die Tatsachlager-Chance um 5% pro Schuss, nicht pro Kugel. Aha. Ähm. Sind vier zusätzliche Schüsse abgefeuert. Und der Bogen wird um 10 Grad vergrößert. Hm. Aha. Hm. Der kostet auch 100 Mana. Ja. Zum Testen wäre der ja, glaube ich, mal nicht schlecht, ne? Brauchen die aber hier mal was, mal was, 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 ne? Bei der hier schon ziemlich. Äh. Aber der ist wieder gemacht nur ein Einzelziel und der macht mehr Ziel. Ach, hier kommt, wir probieren den mal aus. Ich bin da mal neugierig. Jetzt gehen wir auf unsere Knifte. Können wir eigentlich hier eventuell den Explosivschuss als Basisshot legen? Und den Streuschuss mal dahin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben da oben ja noch so ein paar freiwillige, freiwillige Versuchskaninchen rumstehen. Indem wir das direkt mal testen können. Naja. So pralle ist der jetzt auch nicht. Ganz überzeugt bin ich davon noch nicht, aber mal schauen. Der wird vielleicht mit der Zeit noch besser. So, aber jetzt wollen wir uns mal nach dem ganzen Rumgeeidel unseren Aufgaben wieder widmen. Pamm, und welcher war? Oh, der ist vollkommen erst. Können wir das aber nutzen, um unseren... ...nächsten... ...what? Och, nö. Mensch, was geht das? Geht das schon wieder los? Okay, wow. Was haben wir denn hier wieder am rumschleppen? Moment. Äh, 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 äh. Äh, altgeduld halten. Das sind wir gleich mit Lady Katharina. Hm, Schaden, weniger Schutz. Oh, massiv mehr Schaden. Prosikunde. Aber der Schutzabzug dabei gefällt mir immer nicht. Okay. Äh, äh, umschalt rechts mit Übergabe. Vielen Dank. So, jetzt haben wir wenigstens mit dem Bussumbruch. Bisschen Platz im Inventar, wollte ich gerade sagen. Ai, 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 ai. Hier haben wir noch mal your sins. Kriegst übrigens sins. Und... Maschinen-Teile. Oh, ich habe keine Kalkum-Teile. Oh, ja. Gut. Eine Lieferung haben wir schon mal gekapert. Oder war doch noch mehr? Hab ich das noch nicht gesehen? War doch noch mehr. Vielleicht ist es immer noch blinkt. Ah, also. Na, also. Haben wir es doch. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Äh, ja. Fuck. Schild an. Klammer an. Heuro. Oder wie es früher so schön hieß. Eins, eins, so. Eins, eins, so. Eins, eins, so. Kratz ist schon wieder so im Hals. Oh, ich sieht er hier. Nee, schüß, kenners. Immer schön die Klammer anhalten. So, beim nächsten Mal werde ich die Klammer auch noch verstärken. Weil die Klammer ist echt cool. Oh, oh. Ich weiß nicht wieso, aber Leuchte-Effekte in diesem Spiel sind irgendwie meistens damit verbunden, dass irgendwas verflucht, mies wird. Na, ein Glück. Das ging ja sogar mal relativ cremig gerade. Puh. Schon wieder. Leichen hier. So, dann sind wir jetzt auch wieder am unteren Ende der Karte, wo wir vorhin schon mal reingegangen sind. Ja, das die verbitterte Gräfin wohl untot ist, sollte es mir wohl schon klar. Ihr lasst ja eh die Katharina zufrieden. Ihr Mistfinken. Ja, ich weiß nicht. Antikes Schwert. Antikes Schwert. Und so bei einem Interesse. Nein, es ist nicht zum... Nein, war nicht. Wow. Ja, jetzt ist so schön, Kleinvieh macht auch Mist, aber das ist ein bisschen übertrieben. Wieso hier schlimm ist, ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wo dieser komische Wissenschaftler hier rumgucken soll. Ein roter Punkt. Rote Punkte verheißen selten was Gutes. Oh, Pottchen. Steht da noch alles rum. dann kommt schon gleich an tonnenweise Urikalkommerz was war das denn gerade achso wir haben nur die Quest erfüllt machen was ein Geräusch alles klar machen wir aber dann wenn sich sowieso anbietet dass wir da wieder hin zurückkehren jetzt werden wir erstmal hier noch eine Runde umschnetzeln